Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Portal Knights mit dem Soseim. Halli, hallo. Wir haben gerade etwas entdeckt und dachten, wir machen jetzt mal sofort die Aufnahme an. Wir wollen euch das ja nicht vorenthalten. Und zwar irgendwas leuchten ist da hinten. Das greifen wir jetzt mal an. Pass auf, wir sind mehrere Gegner. Pass auf. Uäh, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, ich muss... Oh lol, das sind ja... Oh lololololololol. Ich glaube, die sind ein bisschen härter. Die haben einen blauen Namen. Aua, aua, aua. It's like Dark Souls. Boah. Okay. Ich hab jetzt gar nicht... Haben wir irgendwas aufgesammelt? Level up. Du hast das aufgesammelt. Weil ich komme ja nicht so schnell ran da, du... Ja, das ist... Ja, ich hoffe, wir kriegen nachher mal Kisten, wo wir das dann... Ja. So, was haben wir denn? Wir sind Level up gegangen. Du auch? Ich bin auch Level up, ja. Was nehmen wir denn? Wir lesen mal durch. Ausdauer wirkt sich auf deine Widerstandsfähigkeit aus. Jeder in Ausdauer vergebene Punkte erhöht deine Lebenspunkte. Momentan 169. Wirkt sich auf die Kraft deiner Nahkampfangriffe aus. Jeder in stärker vergebene Punkte erhöht Schaden in deinen Nahkampfangriffen. Beweglichkeit, äh, Bewegungsgeschwindigkeit, äh, Distanzangriffe, Mana und natürlich Schaden. Und wir... Ich würde sagen, wir machen einfach mal full of damage. Einfach rin. So soll das sein. So, wir haben auch noch Talente. Mit Schäden, mit Axt, mit Hammer oder mit Schwert? Auf was wollen wir gehen? Das ist so schwer. Ich kann mich nicht entscheiden. Oder habe ich alles? Oh nein. Achso, ich kann das jedes Mal wieder wechseln. Okay. Ja gut, dann nehmen wir erstmal Schwert. So. Gut. Von mir aus, würde ich sagen, können wir... Achso, ich wollte jetzt nochmal gucken, haben wir irgendwas bekommen? Ich glaube aber nicht. Nee. Können wir eigentlich die Eier... Achso, ist Leben. Okay. Haben wir das? Haben wir das? Was ist das? Knochen. Okay, okay, okay. Ja, dann lass uns nochmal durch, oder? Okay. Staubige Kreuzung. Okay. Und noch eine Trophy. Jetzt blinkt das hier aber auf wie... wie verrückt. Piper. Genau, es gibt drei Trophäen, auf die wir ein bisschen achten müssen, die verpassbar sind. Äh, da kommen wir aber dann zu, wenn wir soweit sind. Das sind nämlich Boss-Trophäen. Gut, hier ist bei den einen, ich bin Fernkämpfer. Oh, Stufe 2, Staubiger. Ja, dann machst du das halt allein, ne? Das ist ja kein Problem. Also hier ist zum Beispiel, ab hier weiß ich auch nichts weiter, weil das hätte ich nicht gemacht. Gut, hier ist ein NPC, spektrale Erscheinung. Das sieht ja mal übel aus, das Ding. Grüße, ich bin ein Freund, ein Spektralritter, wie wir uns selbst nennen. Einst beschützte ich Elysia vor Gefahren. Nun, dank des Schattenkönigs, bin ich nur noch ein Schatten meiner selbst. Es ist deine Bestimmung, dort zu siegen, wo ich fehlschlug. Verbissere deine Fähigkeiten, erkunde, überlebe. Sei gewarnt, zwei Urbiester stehen zwischen dir und deiner Bestimmung. Sie sind jeweils nur durch ein Spezialportal zu erreichen, das man mit einem passenden Totem aktivieren wird. Okay, also... Oh Gott, was haben wir denn? Hier da unten haben wir Orks. Ja, genau. Ähm... Grundzahl. Ich wollte dir gerade noch was gesagt haben, bevor du reinstimmst. Was denn? Deine Waffen haben eine Abnutzungszeit, wie du siehst. Ja, 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 alles gut. Hast du Schleifsteine? Äh, nein. Damit kannst du die Haltbarkeit wieder herstellen. Ja, die konnte ich mir aber nicht herstellen, weil ich keine Steine habe. Feuerballschriftrolle. Ich bin unterwegs. Oh, ich bin fast tot. Das ist viel schlimmer. Ich bin tot. Ich habe zwei Gold verloren. Oh mein Gott. Ich komme. Ich habe nicht so viel Leben, aber es wird schon. Äh, ja. Oh. Oh, Flamme, Rubin. Sehr schön. Alles mitnehmen. Aber ich brauche gleich echt mal irgendwas anderes zum Hauen. Sonst ist es gleich vorbei. Ich wollte mal gucken, ob hier stand irgendwo... Pass auf, da stehen wieder Mobs hier vorne. Hier in der Richtung, wo ich da gucke, ist ein Portal, so wie es aussieht. Da hinten siehst du das? Warte, das eine blaue habe ich schon gesehen, ja. Okay. In der Ferne. Ähm, die Schleifsteine kannst du aus normale schwarze Steine herstellen. Ich gucke mal, ob ich hier welche hinschmeißen kann. Das wäre ja auch ideal, ne? Ich glaube, das geht auch. Ich muss aber sowieso einmal kurz mein ganzes Inventar hier mal umräumen. Kannst du die aufsammeln? Ne, die werden zerstört, okay. Ne, du hast mir Steinblöcke gegeben, die sind in mein Inventar gewandert. Damit kannst du dir Schleifsteine herstellen. Ja, ich brauche erstmal irgendwo, wo ich das machen kann, du Held. Die kannst du so herstellen, brauchst du keine Werkbank. Okay. Die sind da, wo die Spitzhacken-Symbol ist, sind die Schleifsteine dabei. So. Und da haben wir Schleifsteine herstellen. Hol mich ab. So. Die Frage ist, wie lernen wir denn neue Rezepte? Das ist auch eine gute Frage, ne? Achso, ich sollte dann vielleicht auch den Schleifstein einsetzen, weil das sieht nicht gut aus. Also ich habe da jetzt nur eine Vermutung durch die Twoffys, die ich mir vorhin durchgeblättert habe, aber ob das so wirklich richtig ist, weiß ich nicht. So, was machen wir denn jetzt? Was sind denn erstmal erkunden, würde ich, ne? Aber müssen wir uns dann jetzt in eine eigene... Oh, was ist das denn? Eine Turtle! Ich bin der Meinung, wir müssen wieder blaue Fragmente suchen, um wieder... Ja, aber wir müssen uns doch auch irgendwie eine Basis oder sowas bauen, oder nicht? Dass wir auch erstmal die Sachen, die wir haben, verwenden können, oder? Ja. Also die Sachen, die wir hier finden, müssen wir irgendwie verarbeiten und so. Oder bin ich da verkehrt? Da ist noch ein... Da sind aber noch zwei Sachen, Vorsicht. Wow! Der ist Level abgegangen, oder... Ah, ne, der hat sich verwandelt. Ja, hack du mal drauf rum. Ich weiche ein bisschen aus und baite hier ein bisschen. Das ist die Taktik, ey, ich schwöre dir das. Aber ich muss sagen, die verlieren ja eigentlich noch nichts Besonderes, ne? Also wo ich jetzt sagen würde, hier ist ein Pott. Ach du Scheiße! Was denn? Was denn? Wo denn? Was denn? Ich bin tot. Achso, du bist runterge... Ach, du bist runterge... Lol, ich wollte schon sagen, was ist denn jetzt los? Hier ist ein Schild. Wir lesen den noch gleich mal. Bergwerk geschlossen. Oh, hier ist, glaube ich, ein Dungeon. Hier können wir runter. Wartest du ein bisschen damit? Ja, ja, natürlich. Ich will da noch gar nicht runter. Die Frage ist, können wir uns jetzt eine Werkbank bauen oder sowas? Dann... Oh, Scheiße, ich habe gepullt. Dann brauchen wir bestimmt ein Haus oder so ein fertiges, was irgendwo steht, ne? Ne, wir können es doch bestimmt selber ein Haus bauen, oder? Wart mal, haben wir im Menü Werkbank? Ich gucke mal kurz. Hier ist die Werkbank. Können wir uns irgendwo hinstellen? Ich habe vier Holz bei. Stell ich hier vorne vor dem Dungeon. Komm mal her. Ja, ich komme sofort. Ich hacke hier noch den Kaktus tot. Ach, wir müssen auch trinken und so, sehe ich gerade, ja? Das ist Mana bestimmt, ne? Ist das... Ne, das ist kein Mana. Das ist doch bestimmt, oder? Ich habe bis jetzt noch kein Mana gebraucht, deswegen wundere ich mich gerade. Kleine Schritte. Irgendein Trophy habe ich bekommen. Oh Gott, was ist... So, ich... Hier, da ist sie hin. Na, komm. Hier steht die Werkbank. Ja. Und die kann man auch aufrüsten. Brauchen wir dann dafür. Geht ich gerade? Ne, ich kann hier ne Sachen herstellen. Warte mal. Gibt es einen Tisch, kann ich hier noch herstellen? Brauche ich bloß mehr Holz. Ach, hier müsste einen Tisch, kann ich hier auch noch hinstellen. Kann man Tränke herstellen? Äh, warte mal, ich gucke mal, ich gucke mal, ich habe noch genug. Ich habe dieses veredelte Holz. Ich weiß nicht, ob das dafür... Hier, Werkbank 2 brauche ich noch acht normale Holz. Kupfererz, Kupfererz habe ich schon hier abgebaut. Ich hole mal noch Holz. Und dann kann ich die aufrüsten. Kupfererz hast du schon? Ja, ist hier das... Liegt ja das Bronze, was hier rumliegt, so. Ach, die habe ich gar nicht gesehen, Leute. Ich habe nur die Feuerrubine. Dann machen wir das doch. Ist das hier noch mal das Holz, die Kaktus? Nee, das ist... Da kriegst du Wasser und Kaktussitzling kriegst du raus. Wo kriege ich denn jetzt wieder Holz her? Da hinten ist eine Pappel, da muss ich hin. Bin da wieder da. Sonst, ich würde sagen, sonst so doof es klingt, aber ich glaube, du kannst in die anderen Welten ja wieder zurückreisen, ne? Hm. Würde ich sagen, genau, du schimmst. Hier hinten steht eine Pappel, die baue ich nochmal ab. Ich könnte gut mal Stein gebrauchen. Damit ich vielleicht mir auch mal eine Spitzhacke herstellen kann. Was ist das denn? Kann ich das... Kann ich dieses hier abbauen? Was ist das? Ein Ruinsteinblock. Ja, okay, den brauche ich natürlich nicht. Oh, ich habe gepullt. Moin. Ich habe jetzt... Wie viel habe ich jetzt? Ich habe einen Ball. Okay, den kann ich so ein bisschen staggern. Okay, das ist cool. Ha. Sehr gut. Was ist Ulf, der Abenteurer? Einen guten Tag wünsche ich dir. Man kann überall Schätze finden, aber es gibt kaum Möglichkeiten, sie auszugeben. Ich habe Out of Range. Hey. Okay. Einen Moment, Leute. Einen Moment, Leute. Das kennt ihr vielleicht schon von Lost. Wir haben einen Moment. So. No Signal. Nochmals für alle, die es nicht gesehen haben. Ab und zu stütze meine Capture Card ab. Tut mir leid. Aber damit müssen wir leben. Sie auszugeben. Alles wegen diesem Schattenkönig. Sieh unter den Ruinen nach, wenn du dich traust. Was ist das denn? Ich habe eben einen ganz komischen Anruf gekriegt, ne? Ganz komischen Anruf? Ja. Alter. Was heißt denn ganz komisch? Ähm. Die Nummer geht los mit 01767. 295, 2960, so eine Art, ne? Und dann ist das stattdessen Dominika. Also steht immer gleich der Ort, so, weißt du? Okay. Noch nie gehört in meinem Leben. Was wollte die Person? Ich bin rangegangen. Ach so. Ich gehe an Nummer nicht ran, die ich nicht kenne. Ich habe letztens, Lee rief mich auch eine Nummer an. Das war, glaube ich, sogar Silvester. Kannst du mir ein normales Holz geben? Dann kann ich dich auch schon frei aufbüssen. Ich habe kein normales Holz. Ich glaube, wir müssen zurück. Ich brauche Stein, brauche ich. Glaube ich auch nicht. Okay. Brauche ich auch nicht. Gut, dann gehen wir zurück. Weltkarte und dann kann man ja hier... Ach, geht das über Weltkarte? Ach so, hier rief mir er. So, Heimat, Insel reißen. So, Heimat, Insel reißen. Einfach Viereck drücken. Ach so, scheiße. Ja, du hast mich jetzt schon mitgenommen. Alles gut. Auf jeden Fall, Silvester ruft mich dann einer an. Ja, äh, hallo, äh, Herr Blablabla. Äh, ich bin hier von Unity Media, aber so eine ausländische Stimme, sage ich mal. Also, ja, ähm... Sagte ich schon, alles klar, das kann nicht Unity Media sein. Die rufen dich nicht an und fragen dich, ob du Kabelfernsehen hast, weil du dein scheiß Internet über Kabel hast. Also, ne, was wollen die eigentlich von dir? Ja, äh, äh, wir wollten sie fragen und da habe ich direkt aufgelegt. Die hat die Frage noch nicht mal zu Ende gestellt, war schon aufgelegt. Hm. Da habe ich die... Hier vielleicht manchmal die grauen Blöcke, die normale Steine, ne? Und dann habe ich, ähm, die Nummer gegoogelt und dann stand da direkt, dass die alle... Ich, ich unterbreche dich gerne, aber da, wo ich stehe, ist die letzte Person, die du glaube ich gesucht hast. Ich habe, glaube ich, mit allen gesprochen. Auch mit Elise. Äh... Weil hier ist noch ein Bergwerk, der ich gerade wohl runtergehen kann. Ja, wartest du mal, du Sack? Ja, ich habe sie nicht angequatscht. Ich meine, da runter zu gehen. Du willst also in den Bergbau, ja? Annen. Alles der Reihe nach. Zuerst musst du dir eine Steinspitzhacke herstellen. Dazu musst du ein wenig Holz von den Bäumen sammeln und ein paar Steinblöcke. Danach ist es ganz einfach. Schlag mit der Steinspitzhacke einfach auf alles aus Stein oder Metall ein, um Steinblöcke oder Erze zu sammeln. Das ist so ungefähr alles, was ich in der Bergbauschule gelernt habe. Sehr gut. Ähm... Ich glaube, ich brauche noch Holz, ne? Ich glaube, ich kann keine Hacke herstellen. So, Holzscheite. So, und dann kann ich... Ich dürfte die ja so herstellen können, ne? Ja, Steinspitzhacke. Schon wieder eine Trophy. Sehr schön. Ich bestelle mir gerade noch ein bisschen, ähm... Na, Schleifsteine her. Wollte ich selber, weißt du? Ja, wollte ich gleich auch noch. Stell vor, kommst du im Bosskampf und hast Waffe kaputt. So, wollen wir jetzt mal da runter gehen? Wo? Ja, in den Bergbau, oder können wir da nicht runter? Ja, kannst du bloß jede Menge Steine abbauen. So, ja, dann machen wir das doch mal. Ne, da geht's doch noch weiter, hallo? Was erzählst du für ein Humbug? Hier geht's doch rein. Guck mal, hier ist... Ah! Ach, du Wichser. Du alter, dreckiger Wichser. Bitte nicht so beleidigend im Spiel. Danke. Du alte Ficknulle, ne? Ich verstehe das Problem gar nicht. Was ist denn los? Du alter Drecksack, ne? Das merke ich mir. Hashtag Ehrenlos in die Kommentare, bitte. Warum? Du bist ein elendiger Scammer, meine Fresse. Was ist los? Mhm. Wie er dann mich davon abhalten wollte. Verpiss, das sind meine Bäume, du Drecksack. Du bist so ein Schwanz. Verpiss dich. Ich glaub, wir brechen gleich ab, du Sack. Verpiss dich. Dass du dich nicht schämst, ne? Nein. Ich konnte jetzt nicht an, dass du da wirklich noch runter gehst. Mhm. So. So, warte, ich nehm noch ein bisschen Stein mit. Dann können wir rüber. Ach, okay. Ich würde mal gern wissen, wie groß die Inventartasche ist. Was hast du? Ich bin Level Up. Ach, sehr komisch, ne? Ich weiß nicht, hast du was getötet? Ähm, ne. Ja, dann weiß ich auch nicht, wo der... Ja, aber ich dachte, die P-Teilen sich immer so, weißt du? Vielleicht kommt man's drauf an, wie weit man weg ist oder so. Ja. Ja. So, ich glaube, ich hätte erstmal genug. Ich weiß nicht, brauchst du noch was? Wie er einfach... Du hast genug. Ja, vielleicht war ich noch am überlegen. Oh. Ich wollte gleich eine Bergbank bauen, dass du die höher hast. Mhm, warst aber nett von dir. Ja. Ja, ein besseres Schwert oder so, bevor wir in irgendein Dungeon gehen. Ja, bevor wir unten in das andere Bergwerk runtergehen da oder so, ne, zum Beispiel. Ja, mal gucken, vielleicht kann man dann ja irgendwas mit diesen Feuersteinen so halt. Ich hab jetzt nur keine Ahnung, wo das... Hinter uns, hinten links war das. Hier hinten, ja. Da beim blauen Portal. Hm. Ich will immer mit L3 laufen, ne? Ja, also so sprinten. Muss mal drücken, L3. Ja, wo kommst du denn... Doch nicht. Achso, das sind die. Achso, okay. Hier sind wir da ein paar. Hast du die anderen gewonschottet oder wo ist der? Ne, der ist runtergefallen. Was ist denn dann? Ich glaube, ich mach noch gar nicht so viel Schaden, aber ich kann mal ganz kurz skillen noch. Stärke. So, Stufe 2. Tada. Oh, für Stufe 3. Oh, da hab ich auch schon fast alles voll. Oh, wir können neue Sachen herstellen. Oder? Ne, bleibt bei der komischen Bogen. Aber neue Rüstung könnte man sich herstellen. Ich prüge mich hier mal ein bisschen mit dem grünen Schnabel hier. Mit dem Grundsatz. Und eine Truhe kann man sich auch herstellen, will ich gerade. Okay, jetzt kriege ich EXP, wenn du dich genug dran bist. Ja, eine Truhe wäre interessant, weil man hat nicht so viele Lagerplätze, die du so hast, ne? Taschen sind schon ziemlich voll. Wenn du alles einsagst, glaube ich dir das, ja. Damit will ich nichts sagen, was du vielleicht getan hast, aber... Vielleicht ja doch. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich labere einfach irgendeinen Scheiß. Bist du unzufrieden mit dir? Das sowieso. Oder mit deiner Welt. Wollen wir jetzt hier endlich runtergehen, oder würdest du dich komplett durchkramen? Ich sammle hier gerade die rohen Flammenprobine ein. Damit kann man bestimmt irgendwas tun. Was bist du denn so ungeduldig? Wir müssen ja irgendwie hier die Parts strecken. Du kannst doch gerne mal sterben. Das Problem ist immer, wenn ich an die Bank will, dann kann ich das nicht, weil du sagst... Äh, ne? Was will der denn haben, Dart? Was ist das? Kupferbarren. Oh, ich kann die sogar kaputt machen. Das lassen wir mal hier. Können wir denn Kupferbarren herstellen? Noch nicht, nein. Was brauchen wir da denn? Was ist das? Eisenbarren. Wieso können wir keine Barren herstellen? Was brauchen wir denn dafür? Ja, wir haben Eisen. Ja, aber... Ja, wirklich! Schmelzofen brauchen wir. Wieso bauen wir denn keinen Schmelzofen? Warte, was brauchen wir denn? Ja, ich baue den, ich baue den. Alles gut. Du baust... Alles klar. Wenigstens was sinnvolles. Wo baust du denn hin? Äh, sag was. Ja, stellst du ihn hier so neben. Warte, ich mach hier was weg. Müssen wir uns nur merken, dass wir in Welt 2 da alles hingebaut haben, denn so, ne? Ja, da, aber kann ich den auch noch... Achso, kann ich drehen. Alles gut, Moment. Soll ich den hier reinstellen? Hier ist, glaube ich, ganz gut, ne? Warte, da. Jo. Hä? Nicht benutzen! Äh. So. Was können wir hier jetzt herstellen? Warte, du hast grad dran, Gott. Ja, aber wo... Wie mach ich das? Benutzen. Viereck. Ja, schön. Und jetzt? Ach da, Schmelzofen. Ne, das ist nicht das Richtige. Da, Kupferbarren. Wir brauchen 3 und... einmal Kohle. Ich hol' Kohle. Willst du warten oder... Ne, ich geh jetzt runter, ja. Ja, ja, komm. Oh. Ist das tief? Hm. Gehst du vor? Oh, oh, oh. Oh, was war das? Das war eine Fledermaus. Hat mich unerwürdig. Kupferbarren und Lock. Oh. Feind. Danke. Was ist das hier? Oh, 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 oh. Staubmade. Wir hätten vielleicht doch ein bisschen vorbereiten sollen. Aber nein. Ich geh' Kohle holen. Einen Football hab' ich bekommen. Noch ein Football. Hä? Hä? Was ist da hier? Das ist mir einfach zu hoch, ne? So, geht doch besser. So, zack. Das sind die Flammensteine. Die brauchen wir nicht unbedingt. Oh, was ist das denn? Das ist unsere Lampe. Oh. Ein kleiner Mana-Trank war da drin. Äh, hier ist irgendwie nix, ne? Das sehe ich auch gerade. Ich glaube, wir müssen uns zum Landepunkt zurück teleportieren, ne? Aber warte, hier muss doch irgendwo... Meinst du, wenn wir hier nicht einfach weitergraben oder so, dass wir vielleicht irgendwo hinkommen? Also es ist jetzt auf gut Glück, ne, dass wir hier graben, aber... Ich weiß, was ist das denn? Oh! Äh, ja, moin! Bist runtergefallen? Ne, ich würd gern... Ich würd einfach... Ach, hier, guck mal, hier ist Kupfer. Wo bist du denn überhaupt? Ach, da bist du. Also da keine Kohle ist, ist das ein bisschen doof. Ach, da ist ein Holzzaun abgebaut. Die Frage ist, brauchen wir den ganzen Scheiß? Komm, wir machen einfach mal Challenge, einfach nach unten buddeln, mal gucken, was passiert. So, ne, ich... Warte... Warte... Du springst runter, einverstanden? Ne, ne, kann ich dich kicken? Ich wollte nur gucken. Aber ich hab die Blöcke eingesammelt. So, ähm, dann lassen wir nach Kohle, aber Kohle... Was bist du hier? Ein Ruinstein, oder was? Ein Ruinsteinblock. Die Blöcke braucht man ja eigentlich auch überhaupt nicht, ne? Ja, das Problem ist, wir haben auch nicht so viel Platz, weißt du? Wäre gut, wenn wir unsere Lagerkiste umbauen können. Wässer können wir schmühen? Ja. Ja, uh. Aber nicht ewig. Wieso nimmst du das Kupfer nicht mit? Das brauchen wir nachher alles. Hast du noch nie so ein Survival-Ding-Spiel gespielt hier? Volle Taschen. Und dann schmeiß was weg. Wir brauchen alles noch. Ja, genau, und einen Zaunblock brauchen wir noch. Ja, äh, ja, dann bauen wir einfach noch hier ein Beschmack, ne? Was mit uns für Sam suchen. Ich suche in der Zeit das zweite Portal schon mal, wo wir es hin stellen müssen. Immer nur ein Portal zur Zeit, oder nicht? Ja, ja. Hab ich auch grad gesehen. Weil ich dachte ja eigentlich, dass man hier irgendwo noch weiter kann. So wie ein Geheimgang so mäßig, weißt du? Mhm. Kann ich noch? Ich würde gerne noch Dinge zerstellen. Wir haben keinen... Wir haben doch, wir haben Steine. Alles gut. Ähm. Wollen wir es denn dort? Dort. Ach, damit machen wir sogar mit dem Schleifstein alles, was wir haben, machen wir wieder halb. Das ist natürlich cool. Ich schwöre, wir können nachher nicht genug von dem ganzen Zeug bauen. Aber ich würde gerne noch mal auf die Karte gucken, ne? Das heißt jetzt, wenn wir jetzt eine Karte... Wissen wir gar nicht, wo das hingeht, ne? Nach oben gehe ich mal stark von aus dann. Okay. Okay, okay. Siehst du, da hat er das Zaunfragment weggeschmissen, der alte Schnacker. Mann, 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 du. Die Frage ist wirklich, gibt's hier Kohle oder nicht? Aber das können wir doch ganz einfach rausfinden, oder nicht? Ähm... Magma mal... Ich guck grad, ob wir das auf der Karte hier sehen. Kupfererz und Sandblock. Hier steht nix davon, dass es irgendwas anderes gibt. Und sonst fehlen hier noch drei... Wenn du auf die Welt gehst, also oben die Karte, dann drückst du X. Dann siehst du ja staubige Kreuzung. Mhm. Und dann, wenn du kannst, mit L2 und R2 durchblättern. Dann siehst du zum Beispiel... Ah, okay. Ich weiß aber nicht, ob das halt alles ist. Wir müssen gleich mal, wenn wir in die nächste Welt reisen, müssen wir mal gucken, ob da überall Fragezeichen steht. Dann weißt du halt, okay, es gibt nur diese drei Sachen hier. Wir können ja auch die NPCs erstmal suchen. Ja. Wir können mal da gehen. Aber so gefällt mir das Spiel eigentlich ganz gut. Die Steuerung ist ganz angenehm. Mir gefällt eigentlich ganz gut die... Die Grafik-Soundtrack nervt auch nicht. Also bis jetzt kann man eigentlich nicht viel meckern. Oder was sagst du? Und ich habe immer das Gefühl, wir kommen noch gar nicht so wirklich zu den NPCs. Wenn du mal guckst, die schwebenden Inseln drumherum. Dann machen wir das mal anders. Ich habe jetzt schon ein paar Portalsteine gebaut. Ich gehe schon mal hin und setze dich mal rein. Und gucke mal. Ich würde sagen, bevor wir da durchgehen, dass wir einfach nochmal eine Truhe oder so bauen, dass wir vielleicht schon irgendwas ablegen können. Hier ist Ulva, der Abenteurer bei mir. Ach, der sagte aber, wir sollen da runter, ne? Vielleicht sollen wir da mal bauen. Der steht an so einer Ruinen-Scheiße da, ne? Ja, der sagte, wir sollen da vielleicht mal runter. Vielleicht sollten wir mal versuchen, dort runterzubauen. So wie er das sagt. Hier unter den Ruinen nach. Ja. Ach, der geht eigentlich noch. Ja, das Problem ist, du stehst genau eine Schussband mit dir. So. XP. Wie unter den Ruinen nach. Ja, das sind zwar nämlich keine Ruinen, oder? Ich baue mir einfach mal hier rein. Da ist auf jeden Fall ein Loch drin, aber... Ne. Außer der will natürlich, dass man hier weiter runterbuddelt. Ah, ich habe was gefunden. Warte, ich komme zu dir. Bitte nur eine Küsse, ich mach auf. Du Ficker, verpiss dich. Ich habe... Ich weiß nicht, ob du irgendwas Gutes gekriegt hast. Ich habe aber nur Kacke gekriegt. Ich habe einen Heil dran und einen Knochen. Du bist ein... Du bist so ein richtiger, ne? Ich weiß gar nicht, wie habe ich dich gerade beleidigt? Es tut mir auf jeden Fall leid. Ich möchte eigentlich niemanden beleidigen, aber... Aber du möchtest das irgendwie, oder? Du machst das doch. Können wir die Kiste mitnehmen? Ne. Ja. Ne. Hast du abgebaut, ne? Ja, abgebaut, ja. Aber... Ja, toll. Äh... Ciao. Hä? Wie hast denn das gemacht? Ja, einfach Erdblöcke. Unter dir, oder wie? Ja, ja. Also siehst du, du hast schon mal so ein Spiel gespielt, ne? Ich habe... Was habe ich denn gespielt? Also... 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 Ich komme hier nicht hoch. Oh, ich habe keine Ahnung. Ja, du musstest auch mal wieder die Decke kaputt machen, sonst kommst du nicht hoch. Oder? Oh nein, ich bin gestorben. Das war, glaube ich, Karma dafür, dass ich dich eingebaut habe. Ich bin aus dem Superleum. Pisser. Äh... Schön. B Boah, ich brauche deine Hilfe, ey. Ich kriege die nicht tot, ne? Nicht? Ist mir egal. So. Was brauchen wir denn, um der Dings herzustellen? Boah, wir können ja viel geilere Sachen herstellen, sehe ich gerade. Wenn wir mal Kupfer haben. Antiker Kompass zeigt immer nach Norden. Wenn du ihn verwendest, zeigt er dir ebenfalls für kurze Zeit die Position von Portalen an. Ja gut, das brauchen wir ja nicht unbedingt. Was wollten... Achso, wir wollten gucken nach einer Dingens, ne? Nach einer Truhe. Wo hast du die denn... Ach, da, Truhe 2. Können wir auch eine Truhe 1 vielleicht herstellen? Truhe. Stell mal eine her, wa? Jupp. Warte? Ja, warte. Ähm, ich muss immer überlegen, wie ich die Scheiße ins Menü komme. Ich weiß nicht, das habe ich noch nicht so... Die kann ich nicht abbauen, schade. Stellen wir sie denn hin, hier... Ey, kann ich... Achso, drehen wir so. So, das ist richtig, ne? Dann stelle ich sie einfach hier hin. Entschuldigung. Gesundheit. Mal Gesundheit. Wir schmeißen, glaube ich, Holzblöcke, schmeißen wir, glaube ich, weg. Also Blöcke, ne? Zum Bauen, die können wir, glaube ich... Ja, ich komm noch nicht ran, du bist da noch dran, ne? Ja, aber da kannst du zuerst, ich schmeiß erst den Rest weg, den wir nicht brauchen. Weil ich habe jetzt zum Beispiel hier, ich sag jetzt mal, hier diese Kupferplatten-Block, die sind ja nur zum Schönmachen, zum Bauen von... Ja, die komischen Samen, die braucht man, glaube ich, auch nicht, ne? Weiß ich nicht, wenn wir in den Garten oder sowas. Ich würde die nicht wegschmeißen. Okay, wir brauchen die nicht. Du laberst Kacke. Kann sie aufsammeln. Ich habe bei mir in der Wohnung schon keine Blumen, da werde ich mir auch keinen Garten anpflanzen. So, öffnen. Hast du jetzt nichts reingelegt? Nein, ich schmeiße gerade das Mal weg. Alles verstauen. Oh, oh, ne, um Gottes willen. Jetzt habe ich alles verstaut. Oh Gott, wieder alles entnehmen, bitte. Guck mal, hier kannst du Pflanzen aufsammeln. Hier. Was für, was für? Da. Oh, lol. Da legst du nicht in die Truhe. Was haben wir im Ei? Das brauche ich. Das möchte ich auch noch gern behalten. Was habe ich hier? Wenn man die Sachen mal sortieren könnte, wäre auch gut, ne? Ach, fuck. Einen Stapel ablegen, alles verstauen, das will ich doch gar nicht. Kann ich nicht. Achso. Ich muss das echt so darüber? Oh, das ist ja doof. Das ist ja doof. So, mhm, 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 die Knochen sind auch ne Zutat. Warte, die will ich lieber behalten. Ähm. Setzlinge machen wir aber mal hier. Nicht das. Ich stelle mir mal was kurz her. Hallo. Danke. Was? Wo war's? Ich rede mit dem Spiel. Ja, und das andere kannst du dir nämlich selber herstellen. Ich stelle dir das nicht her. So. Kann ich mir natürlich nicht herstellen, weil du schon alles, äh, ne? Ah. Fuck. Was ist, wofür ist der Football denn? Sonstiges. Äh, Wasser ist auch ne Zutat. Ja gut, komm. Guck mal, hab mir was hergestellt. Was kannst du damit machen? Weiß nicht, das ist von Waldläufer. Was ist das denn hergestellt? Ähm, unter Werksachen. Du kannst auch ein Amboss herstellen. Jetzt kann ich mir auch nen neuen Bogen nämlich herstellen. Kupferbogen, dafür brauch ich Kupfer. Okay. So. Ähm. Kupferbahn. Okay, da brauch ich. Brauch mir die Kohle für. Ja. Kann ich haben. Wir müssen also gleich mal in die nächste Welt, warte. Ich stelle noch kurz den Amboss hin. Kann man den... Nix irgendwie kaputt machen, dass ich irgendwie... Warte, kannst du nämlich neue Waffen herstellen, weißt du? Die sind schon ziemlich schick. Ich drück so oft den falschen Knopf, ne? Ja, wird man ja bestimmt. 47 Damage macht der eine denn. Bei mir macht das dickste, der... Die Großachs 52. Aber dafür... Charakterstufe 6. Und ich brauch Schuppen dafür. Und Kupferbahnen. Ja. Ja, Schuppen brauch ich auch und Kupferbahnen, genau. Und auch für Stufe 6. Aber du kannst ja sonst den Kleinbogen erstmal hinherstellen für Stufe 2. Da brauchst du aber auch Kupfer. Also ich weiß nicht, warum wir... Sonst durch das Portal mal gucken. Ja, ich würde auch sagen, wir gehen mal ins nächste Portal. Finkenfort. Und dann gehe ich sofort erstmal auf die Map und gucke mal, ob alles schon freigeschaltet ist, was wir töten können. Ob das alles Fragezeichen ist. Dann weißt du ja, was du in jeder Welt noch suchen kannst. Oder was du abbauen kannst. Ja, also ob dann schon steht Fragezeichen oder schon alles freigeschaltet ist. Yo, das und das kannst du... Wenn nichts drinsteht, dann wäre das schlecht. Also ich würde mir wünschen, es sind nur 5 Sachen und die stehen alle auf Fragezeichen. Ja. Hm, hm, hm. So, ich gucke jetzt nochmal kurz auf die Map und dann würde ich sagen, beenden wir dann mal den Part. Aber wir gucken erstmal nochmal. Das interessiert euch schon jeden. Ne, du siehst sofort alles, was du hier kriegst. Baumwolle, Bursch. Du kriegst hier Baumwolle, Alabaster und Gartenpilz. Und hier kriegst du noch Kohle. Wir kriegen Kohle und Steine, können wir hier abhacken, würde ich schon sagen. So, aber damit sage ich erstmal, es ist Zeit aufzuhören. Der Part ist zu Ende. Ich danke fürs Zusehen. Wenn ihr wollt, ich sage es jetzt einfach mal jedes Mal. Wenn ihr wollt, wir streamen häufiger auf Twitch. Links unten in der Beschreibung. Ich danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.